Herzlich Willkommen! Mein Name ist Remori Tinev. Ich freue mich, dass du auf meinem YouTube-Kanal gelandet bist. Seit über 30 Jahren praktiziere ich Yoga, Meditation, habe viele Bücher darüber geschrieben, Kurse gemacht, Ausbildungen. Und ich freue mich jetzt auf dem YouTube-Kanal, mein Wissen mit dir zu teilen. Yoga für die Gesundheit, Yoga bei therapeutischen Sachen, Nackenbeschwerden, Rückenbeschwerden, Tinnitus und vor allem auch die Herzmeditation, die mir so wichtig ist. Ganz viele Meditationen, auch interessante Interviews mit Dr. Rüdiger Dahlke, Dr. Nils, Dr. Gerald Hüther. Mein Wissen und meine Erfahrungen sollen dich inspirieren auf deinem Weg. Ich freue mich auf deine Kommentare, auf deine Fragen. Und wenn du Interesse hast, ich habe auch viele Online-Kurse, wo du dein Wissen noch vertiefen kannst, deine Erfahrungen vertiefen kannst. Und ja, wundervolle Zeit auf meinem Kanal. Ich freue mich mit dir, gemeinsam auf der Reise zu sein. Herzlichen Dank, Remo.